Caspar, oh mein Gott, wir sind auf einer Insel gestrandet. Ja, guck dir das mal an, da vorne sind so Steine und so, Alter. Ja, ich weiß, es ist wirklich schlimm. Lass uns hier einfach in den Korb, ich hab Hunger. Ich wollte, ja, wir müssen hier unbedingt weg, so schnell wir können. Guck mal hier, wir haben hier so komische Holzsachen, wo wir so drauf springen können. Ja, mach schön vorsichtig. Caspar, da geht der hier. Oh, oh nein, ich drück ein bisschen aufs Gas. Du, du wolltest runterkauen oder nicht? Nee, hä, ich bin in Indien, ich bin in Indien sozusagen. Hä, du bist bei mir runtergefallen. Caspar, siehst du mich hier? Ich seh dich gar nicht mehr, Caspar, wo bist du? Warte, jetzt? Ich hab's grad eingenommen, hier die Flagge. Ja, ey, ich dachte, du wärst schon weg, ne, Leute. Lass uns auf jeden Fall gerne einen Like da, dass Caspar wieder da ist. Und dass ihr wollt, dass wir das vielleicht entkommen, ist ja auf jeden Fall super. Komm, Caspar, hier, lass uns schnell irgendwie entkommen. Hier sind auch Bananen, guck mal, die sind ausgelaufen, die sind richtig geschmolzen. Pass auf, nicht, dass du das berührst, das bestimmt schon vergammelt. Ja, das beruhige ich auf gar keinen Fall, ne. Ich glaub nämlich einfach, dass hier auf, also es ist so heiß auch gerade, muss ich sagen. Also, was ist denn hier? Guck mal, hier ist auch noch ein, also ist das das Bermuda-Dreieck? Ist das das Bermuda-Dreieck in Roblox? Gefühlt ja schon, ne? Ja, ich guck mal, wenn hier so ein Schiff ist. So, vorsichtig hier, rüberspringt bloß in das rote Brügel. Okay, Alter, wo sind wir denn gerade hier? Guck dir das mal an. Was ist denn hier links unten? Guck mal, hier ist irgendeine Figur. Hä, wer ist das? Hier ist eine Figur, ne? Jo, den kenne ich aus dem amerikanischen Fernsehen. Hä, wer ist das? Ich kenne den nicht. Ich weiß gerade den Namen nicht mehr, aber ich kenne den auf jeden Fall. Hä, ich kenne den selber. Einfach steht er da. Oh, nein, Mitte ist schon mal nicht richtig. Dann sage ich links, Caspar, links. Ja. Oh, du hast Glück, du hast Glück. Okay, ich komme mit. Oh, du wärst rechts gegangen, ne? Hier, der schöne Sische. Ich wäre eigentlich rechts gegangen. Entscheide du mal jetzt, wo wir langen müssen. Ich bin mal gespannt, was du... Ich sage Mitte. Oh, nein. Ich sage rechts diesmal. Oh, du hast recht. Ich hatte schon wieder recht, Alter. Du bist einfach ein Hellseher. Ist halt echt so. Ich sollte am besten... Einfach ein Hellseher. ...so gefangen sein. War es jetzt rechts oder Mitte? Du musst rechts jetzt gehen. Rechts, okay, okay. Und, äh... Ja. Oh, sie geht vor. Oh. Los, mach. Mach. Los. In Mitte ist es. Alter Schwede. Und jetzt, letzte Entscheidung. Links. Nein. Rechts. Oh, nein. Oh, Mitte schon wieder. So, links. Jetzt ganz rechts. Oh, jetzt weiß ich das hier nicht mehr. Mitte war es hier, ne? Ja, Mitte und Mitte. Und Mitte und Mitte. Perfekt. Jawohl. Hier sind schon mal die, den Brettern quasi so entkommen, kann man quasi sagen. Was sagt er hier? So weit, so gut. Wir müssen hier weiter übers Wasser. Guck dir das mal an. Wir müssen hier über diese... Oh. Ich sehe es schon. Dich ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Das... Oh, oh Gott, da bist du fast gerade runtergefallen. Ich bin fast runtergefallen, ja. Das war echt mega. Alter, ganz schön rutschig hier die Bretter gewesen. Ja, ja. Und guck dir mal dieses Rote da an, Alter. Was ist das, Feuer oder was ist das? Ich weiß auch nicht, was das ist. Aber... Irgendein komisches Zeug. Aber... Vorsichtig. Ist das hier eine Wasserschlange oder wo muss man die drauf balancieren? Hoi! Oh nein. Da ist runtergefallen, Leute. So sollte machbar sein. Easy. Und jetzt hier. Und... Ja, ich hab's. Ja, Kaspar. Ja. Sehr gut. Ich hab's. Sehr schön. Jetzt müssen wir vorsichtig über die ganzen Kisten hier vor, ne? Glaubst du, dass irgendwas cooles drin oder so? Ich hab auch gerade überlegt, ne? Vielleicht ist da auch Geld oder so drin, was wir jetzt hier nehmen. Was willst du denn mit Geld auf einer Insel? Ja, wenn wir entkommen, dann bringt das... Ja, wie entkommen? Ich will eher was essen. Ja, okay. Ja, hast schon recht. Vielleicht finden wir hier in diesem... Ah, nein! Oh! In diesem Waldpalm, ähm... Kokosnüsse. Ja? Kokosnüsse könnte sein gleich, oder? Ich weiß nicht genau. Und ja, okay. Sehr schön. Broxo, wir sind im südlichen Teil der Insel und hier sind Dornen. Pass auf. Das sind sogar Giftdornen, glaub ich. Giftdornen? Alter, ich bin ja richtig, richtig verrückt. Okay, okay, dann lass uns mal lieber da rüberspringen. Wenn du die berührst, dann war's das mit dir. Dann bist du verwundet. Ich möchte auf jeden Fall hier die Insel überleben, Freunde. Oh! Hast du das gesehen hier unten? Guck mal hier. Ne Schlange! Ne Schlange, pass auf! Alter! 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 Ich hab' ich gar nicht gesehen. Okay, okay, komm schnell. Jetzt! Laub, 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 laub! Oh! Ah! Oh Gott! Das war so knapp! Schnell, 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 schnell! Komm hierher, komm hierher! Oh! Jetzt schnell! Oh mein Gott, schnell hier rein! Die Schlangehülle! Außenrum, außenrum, außenrum! Ich komm hier nicht hoch! Ich muss hier wieder... Nein! Warte, aber wann kommt sie? Zu jeder Zeit! Oh Gott, was ist los? Okay, hier! So, hoch hier! Was ist hier? Oh, was ist der Hund? Oh, hallo! Und hier ein Aufzug oder sowas. Machst rein, Kasper! Wie machst du das? Hä? Hau rein! Du schwebst bei mir! Ich war ohne dich! Ey! Ich hab's! Ja! Uh, endlich, Broxho! Ey, Mann, das war aber auch eine lange Prozedur! Ich war zu schwer! Ich war zu schwer! Ich war echt zu schwer! Dann... Oh! 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 Was hast du denn da gerade gemacht? Ich hab's gesehen! Okay, Kasper, warte mal! Hier, siehst du mich? Mach's gut! Oh! Nein! Ich bin auch reingefallen! Und zack! Oh! Hier muss man vorsichtig sein! Hier sind auch Quietschehenten und so, oder? Ja, ich sehe, sie sind gefährlich! Nein! Nein! Ich drehe eine Ehrenrunde! Ich habe nichts gesehen, dass man auf den Track heute vorgehen muss! Komm, stell auf meine Plattform! Oh! Hier ist auch Plattform! Ich sehe deine gar nicht! Bei mir bist du in der Luft! Bei mir bist du auch in der Luft! Ja, moin! Wo müssen wir denn drauf... Nein! Weil du mich ablenkst! Ja! Oh, Mann! Okay! Ich habe es gar nicht gesehen, dass ich da schon raus musste! So, und raus hier! Ja, perfekt! Sehr schön! Vorsichtig! Die morschen Bretter! Pass auf! Runter! Oh! Okay! Und jetzt hier! Zack! Ja! Wie heißt nochmal hier diese Pflanze? Das ist Schilf! 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 Ja! Schilf ist das! Warum hab ich das vergessen? Okay, vorsichtig! Ich auch nicht! Ja! So! Hier ein bisschen weiter! Und! Und! Sehr gut! Perfekt! Perfekt! Was ist denn das da unten? Ein Walross! Stimmt! Was ist das denn? Und hier, guck mal! Nein! Mr. Walross! Sag mal, gib dir Hoffnung nicht auf! Wir werden schon noch was zu essen finden! Ja, ich hab echt Hunger, muss ich sagen! Oh, jetzt hier vorsichtig! Oh! Kaspar, ich seh dich! Ja! Ich hab's! Komm, laufen einem Sprint! Ja! Das schaff ich nicht! Du Verrückter! Das hätt ich im Leben nicht geschafft! So, hier! Ich warte auf dich! Ich warte auf dich! Oh Gott, Kaspar! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Okay, sehr schön! Ja, perfekt! Ich hab's! Sehr gut! Oh! Oh, guck mal! Hier ist sogar noch eine Brücke! Guck mal, da legst du das Gesicht! Guck dir das Gesicht euch an und warte mal! Siehst du das da oben links? Ein Helikopter! Ja! Das ist unser Rest! Das ist ein Helikopter! Schnell, jetzt! Okay, äh... Weg hier! Müssen wir jetzt aufteilen? Ah, wir müssen da lang, glaube ich! Ich glaub... Oder? Ich weiß es nicht genau! Ich glaub, wir können da nicht rein, weil das Tor ist noch verschlossen, ne? Achso, wir müssen hier das aktivieren! Ja! Ah! Guck mal, jetzt ist das aktiviert da oben! Und ich muss das jetzt hier oben aktivieren, oder was? Ja, stimmt! Glaub... Oh, stimmt! Hier ist auch noch was Grünes! Guck mal, warte, das auch! Aktivier das mal! Und zack! Und... Ey, es ist nur eine aktiviert! Achso, wir müssen das einzeln machen, oder? Oh, okay, okay, okay! Ich hole mir noch ganz schnell da hin! Ja, so... Geh ich mal hier! Zack! Ich hole auch noch mal ganz kurz da hin, grünen Knopf! Und dann sollten wir eigentlich das Tor geöffnet haben! Und... Ist auf! Es geht auf! Ja! Es ist auf! Ey! Sehr gut! Und? Ich komm jetzt mal! Ich warte auf dich! Ich komm, ich komm, ich komm! Ich warte auf dich! So! Und... Ja! Okay, und ab geht's hier ins Schwarze! Ab geht's ins Schwarze! Und rein da! Und hier ist der letzte Checkpoint und... Oder? Nee, doch! Stimmt gar nicht! Das ist der Tempel! Hier ist der Tempel! Wir müssen durch den Tempel durch! Yo! Die... Die Sperre der Yanomami-Indianer! Pass auf! Komm, Kasper, komm schnell! Komm schnell! Oh! Und jetzt! Oh! Was hast du gemacht? Hä? Wo? Wow! Wow! Und zack! Ich bin schon ziemlich weit! Wie sieht's bei dir aus? Und zack! Oh! Zack! Das ist die geheime Falle der Yanomami-Indiana! Jetzt! Ja! Du hast es! Sehr gut! Sehr schön! Oh! Was ist das? Dreckst du, das ist ein schwarzes Loch? Fünf Euro! Ich geb dir fünf... Oh! Pass auf! Oh! 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 Ich zieh durch! Ich zieh durch! Ich zieh durch! Ich zieh durch! Ich lauf! Ich lauf! Kasper, dich! Aaaaaaah! Ich hab's, ich hab's Oh Gott Da kommt direkt die nächste Oh Gott, das ist so knapp Das ist so knapp Oh Gott, ich hab's Ich komm jetzt auch Ich komm jetzt auch, ich komm jetzt auch Oh mein Gott Oh mein Gott, das war so knapp Okay, wir sind jetzt hier schon mal weiter Im Tempel durch und nächster Checkpoint Oh ey Alter, es füllt jetzt hier mal mit Wasser Ja, lol Und jetzt geht's auch wieder runter Warte mal, müssen wir auf die See Ich glaub wir müssen auf die Seerosen Nein, wir müssen einfach schnell laufen Da ist kein Wasser da Ach so Das muss man ja auch erstmal verstehen Und Ach komm ey, jetzt hier Oh Gott Und Von der einzelnen Insel jetzt hier Oh, ich hab's auch Hier ist alles voller Lava Yo Was ist das denn? Und ich zieh durch Hey Oh nein Pass auf, pass auf Wo bist du? Ich komm jetzt Es hat mich niemand vor mir erwischt Ich kletter so ein Metallgerüst einfach hoch Guck mal wie hoch ich bin Hey, ich berühr die Lava die ganze Zeit Nein Kannst man nicht von der Lava sterben Hier, vorsichtig Die Lava Und Ja Und War nochmal knapp So, jetzt hier rüber Übers Metallgerüst Ja Oh, ganz vorsichtig Die Lava ist so heiß, dass das eigentlich nicht schmilzt Das wundert mich Ja, okay Deswegen lassen wir uns lieber schnell weilen jetzt hier Oh, das bricht glaube ich schon hinter mir zusammen oder so Oh, ich bin Oh, du bist ja verrückt Und Ich hab's auch Hey Die Wendeltreppe Ich glaub die Lava steigt gleich, oder? Oh, das könnte gut sein, ja Oh Gott Das könnte echt gut sein Deswegen lassen wir lieber ganz schnell hochlaufen, Kaspar Ja Bloß nicht runterfallen Oh Gott Ich bin so schlecht So Vorsichtig Und Hey Hier gehst du nämlich grad nach draußen Okay Ist da der Helikopter? Ja Kaspar, komm schnell Komm schnell, komm schnell Hier ist Helikopter Beeil dich, beeil dich Ich komm, ich komm, ich komm Ja, jetzt komm, komm Oh, wo ist er? Hier ist der Helikopter Rein hier Nächster Checkpoint Und oh mein Gott Kletter hoch, kletter hoch, kletter hoch Und hoch hier Und Ja Abflug Ja Wir haben's geschafft Ja, wir haben's geschafft Wir sind auf der neuen Helikopter wegfliegen Sehr schön Guck mal hier Das war alles, das war alles nur ne Show Guck mal, hier sind Kameras Ach so Das war alles nur ne Show Ey, was ne Frechheit Freunde, wir haben's geschafft Wir sind von der Insel runtergekommen Es war auf jeden Fall richtig, richtig cool Und es waren auch richtig, richtig cool Level dabei Wenn ihr nochmal sowas sehen wollt mit Broxo Dann haut auf jeden Fall auf den Like und auf den Abo-Button Und checkt auch gerne meine täglichen Roblox-Videos aus Und Leute, nicht vergessen, abonnieren und liken bei uns beiden Denn bei tausend Abos auf meinem Kanal Oh, kommt da eventuell die Facecam? Ich weiß es nicht Leute, ich wünsche euch einen schönen Tag Bis zum nächsten Mal Und ciao, ciao